Herzlich Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD und dieser Part ist nicht mehr nachkommentiert und ich hoffe es bleibt auch so und es geht nicht wieder um zu schieben. Aber ich habe jetzt alles fünfmal, nicht fünfmal, zehnmal überprüft und mein Mikro, also ich meine es sieht so aus. Ich habe aber auch ein paar Testaufnahmen gemacht und es funktioniert, deswegen hoffe ich jetzt mal, dass das hier auch funktioniert. Im letzten Part haben wir die Karte bekommen von dem Anwesen, da machen wir uns jetzt auch auf den Weg hin und ich hoffe mal, dass wir dort dann den nächsten Triforce Splitter finden können. Angezeigt auf der Karte wird ja der Triforce Splitter. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir den jetzt finden werden. Ups. Ups. So. Ich habe die falsche Tasse gehabt. Okay. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Gras bin. Ein paar Rubine kriege hier. So. Okay. Buddy, jetzt musst du mich mal hier reinlassen. Nehm mir in seine schmutzigen Finger vor meiner Klinke der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herren betreten. Hinfort mit ihm. Er ist hinten nicht willkommen. Alter. Ich bin dein Besitzer. Ich bin, wo bin ich die Urkunde? Das ist Futtertasche. Hier. Guckst du. Oh. Diese Unverfrorenheit reibt er mir glatt mit seinen schmutzigen Fingern etwas unter die Klinke. Na nun, aber das ist doch... Dann, dann ist er... Äh, dann seid ihr also mein neuer Herr. Link ist euer Name, nicht wahr? Oh, einen wirklich schönen Namen habt ihr da. Ehrenwerter Herr Link. Bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Oh, mit Herzchen. Ja, guck mal, wie nett der auf einmal sein kann. Guck er an. Haha. So, ich möchte ihn sogar austauschen hier. Ähm. Ja, ok. Ich will kaputt machen. Dammit. Wow. Oh, Badewanne. Ok. Ja, und nun? Oh, halt, Info. Ehrenwerter Herr. Seid ihr vielleicht dann an dem liebsten Zeitvertreib des Adels interessiert? Lege er los. Sehr wohl. Soll ich euch die Regeln des Spiels erklären? Beeile er sich. Oh mein Gott, so geschwollt zu reden, Mann. Mit Hilfe von Links könnt ihr die Teile nach oben, unten, links und rechts verschieben. Ziel ist es, das Bild korrekt zusammenzusetzen. Das Teilchen rechts oben setze ich zuletzt ein, wenn ihr mit dem Rest fertig seid. Dann erst ist das Bild komplett. Habt ihr alles verstanden? Zweifelt ihr an meinem Verstand? Ich hoffe, ihr habt eine vergnügliche Zeit. Ich hasse solche Spiele. Ich hasse es. Ich komm. Nein, ich will... Oh Gott, ich kann immer nur ein Teil verschieben. Na, ganz toll. Nein, nein. So. Oh mein Gott. Äh. 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 Ne, halt, halt. Oh mein Gott. Nein, ich will da... Oh Gott. Äh. Ne, ich muss... Ich brauch... Ja. So. Das... Das. Aber da muss der andere auch noch mal drauf. Muss nehmen wir seinen Kopf nach oben? Wie sieht das fertige Bild aus? Hallo? Ähm. Ich bräuchte eine Referenz. Muss der jetzt weiter nach oben? Ich glaub schon, ne? Okay, also muss ich jetzt erstmal wieder... So. Ähm. Der muss, der muss... Der muss, glaub ich, da rüber. Äh. Ich hasse das. Muss ich das unbedingt machen? Hilfe. Ich hasse solche Spiele. Ich war darin schon immer schlecht. Er könnte mir ein Puzzle mit 50.000 Teilen geben und dann so bin ich schneller fertig als das hier. Nee, nee. Wie? Oh mein Gott. Ich muss wieder da hoch. So. Ich will erstmal hier... Wie? Bitte. Nein. Was ist das? Äh. Ich hab... Ich weiß nicht... Hallo? Okay. Was ist... Also... Die... Hä? Also das muss ja... Das muss ja da rüber, ne? Und das muss ja genau. Das passt so von der Seite. Also die zwei hier müssen zusammen. Ähm... Halt. Das wollte ich nicht. Das passt nicht. Muss in dem sein... Ach, das ist von dem das, ne? Von dem her. So, oder? Ja, genau. Oh. Äbou. Äh, ja. Ha. Ich habe das Bild nicht gelöst. Ich hab da weder irgendwelche Sachen angestellt und dann durch Zufall hab ich das gefunden. So. What the hell? Aber das ist gut so, dass ich keine Karte habe. Das ist... Okay, hier geht's nicht durch. Und dann muss ich hier noch. Okay, hier geht's auch nicht lang. Also nicht hier lang. Und dann muss ich noch unten. Und dann gehe ich hier durch? Oh, ne, ne? Ich geh... Au! No, 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 no. Das ist so meine Rubine. Was soll denn das? Der hat einen Vogel. Okay. Okay, hier geht's irgendwo raus. Hier geht's irgendwo raus. Hier geht's irgendwo raus. Ich bin im Kreis gelaufen. Okay. Okay, okay, okay. Also ich darf... Okay, hier muss ich nach links. Aber dann setze ich irgendwo nach rechts. Ich gehe gerade aus. Dann gehe ich hier. Okay, das ist ein anderer Weg. Okay, das ist definitiv was anderes. Okay. Ähm. Oh, oh, die Gerechtigkeit. Oh, Leute. Äh. Ja, und jetzt? Da ist eine Seite. Und hier bin ich reingekommen. Okay, das heißt... Ich muss... Hier lang. Und habe... Äh. Wieder zwei Wege. Okay. Also gehe ich hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und... Okay, ich habe eine Truhe. Mit einem Orangen... Wow, Hunger, das hat sich gelohnt. 100 Rubine, das hat sich gelohnt. Okay. Das hat sich gelohnt. Alles klar. Also, dann gehen wir wieder hier raus. Und dann muss ich wohl hier... Hier durch... Hier durch. Hier lang. Dann hier lang. Ich kann immer nur in eine Richtung gehen. Okay, hier ist wieder eine Leiter. Und sonst nichts. Okay, also hier hoch. Äh. Was für den... Hier bin ich schon mal runtergegangen. Also, muss ich hier lang. 吸 收. Okay, schon mal runtergegangen. Ich neum. Ich kann jetzt drauf. Roby Oh yeah Okay Eh Okay Wieder eine Leiter Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft ohne mich zu verlaufen Oh Ups Falsch Entschuldigung So Oh my god Oh my god Oh my god Ich habe es geschafft Du hast einen Treefoch-Splitter gefunden Jetzt fehlen dir nur noch drei Weitere Juu Ist das geil Ich habe gedacht ich hätte mich hier drin verlaufen Ähm Und da mal echt Ähm Okay Sehr gut So Okay Sehr schön Okay Okay Da ist jetzt nichts weiter Schade Ein bisschen farmen Okay gut Das Bild das lasse ich so Ich mache das jetzt nichts fertig Nice Das ging doch echt schnell Also ich hätte jetzt Als ich das Labyrinth gesehen habe Hab ich gedacht Okay Ich brauche 500 Jahre Ähm Wo wir sind Links Land Genial Okay let's see Jetzt Ich will jetzt nochmal probieren Mit diesem Treefoch-Splittern Wieso das nicht funktioniert Also ich brauche jetzt erstmal die Wahnsinnskarte Damit ich überhaupt mal den Weg dahin finde Ähm Wahnsinnskarte So Das ist jetzt abgehakt Sehr gut Ähm Ähm Okay Okay mal gucken Ob ich da eine Schnellreise hinmachen kann Ähm Halt Halt Ich hab vergessen Wo ich hin muss Okay Okay nochmal So 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 Ja wow Okay also wirklich hinsegeln Ähm Hinten würbeln muss ich eigentlich nicht Ich könnte auch Ganz normal fahren Aber okay Ich bin jetzt halt ein bisschen Vor Und jetzt ist Jetzt muss der Splitter irgendwo im nächsten Feld sein Das heißt Ich gucke jetzt So Erstes abgehakt Und zweites ja Nicht Was sieht jetzt dem am ähnlichsten Oh Here we go Here we go Here we go Here we go Yeah Here we go Here we go Here we go Uh huh Yeah Yeah Oh yeah Stop Nevermind Let's work alone Okay Go Oh Oh God damn it Are you serious Yeah Ich will das Ding ab Egal wie Okay den Punkt organisier den Punkt nicht aus den Augen verliere Ich hab's nicht Jetzt rück mich schon Bleib bleib Sitz Ach, come on Okay Könnten die lieben netten Fischchen bitte verschwinden Und könnte das Wetter etwas besser sein Weil ich glaube, dann tue ich mir etwas leichter, mir den Punkt zu merken Dankeschön Kommt schon, ich bitte dich Okay, auch du Pussy Oh, jetzt war das Geräusch, ich war noch ein bisschen alt genug dran Okay, okay Oh, die sind so schön Endlich, ich hab die Truhe gefunden So Yes, du hast einen Trifus-Schlitte gefunden Jetzt fehlen dir nur noch zwei weitere Ebu Eh, ja Gut, dann brauch ich jetzt nur noch die zweite Trifus-Karte Okay, dann hab ich Immer die falsche Karte anscheinend aufgehabt Oder ich war schon zu nah dran What? Wo war das jetzt? Ich glaube, ich muss hier Mein Gedichtnis ist wohl schon unglücklich Okay, ich muss in die Richtung Damit ich schon mal die Richtung habe So, und jetzt nur noch die Trifus-Karte Das ist jetzt die letzte, die ich habe Okay Nein, nein, ich muss, ich muss auch nicht hier Oh, neben mir Oh, hier Hier, 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 hier Okay Okay Zurück Au Jetzt was wieder leiser Oh, komm schon Gib mir das blöde Ding jetzt Au Okay Jetzt habt ihr verkackt Ups Wieso Ich habe euch nichts getan Überhaupt nichts Und was macht ihr? Ihr greift mich einfach an Was ist dieser Ziel da? Ich habe euch nicht erstellen Bye Wollte es mal erwähnt haben Wieso schießt ihr noch auf Milch? Ich komme in Frieden Ich bin E.T. Ah, komm schon Gib mir jetzt das Bitte dich Au Ja, okay, okay, okay I'm swimming I'm swimming I'm swimming Oh yeah Swimming I'm swimming Gib mir Gib mir Ach, das war die Insel mit dem anderen Splitter glaube ich hier Und da ist er schon wieder Der verfolgt mich überall Egal wo ich angehe Okay, komm schon Leute Lasst mich jetzt in Ruhe, Mann Ich will noch mein Ding einsammeln Und dann Ist gut, dann gehe ich auch wieder Versprochen Alter Wow, das war knapp Ich bin Okay Ich bin Dieser Ja ... Wenn Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Falsch. Okay, hör auf, von mir wegzulaufen. Du hast angefangen, Mann. Da. Gut. Link muss ich konzentrieren. Oh, seht ihr, wie viel angenehmer das ist, wenn man nicht hier an der Hund beschossen wird? Damit ihr es wisst. Du hast einen Schulfursplitter gefunden. Jetzt fehlt dir nur noch ein weiterer. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Oh yeah, oh yeah. Und der einzige, der noch fehlt, ist wo genau? Auf dem Geisterschiff. Mit dem ich keine Ahnung habe, wo es ist. Aber, ich habe euch. Und, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Nicht nur, weil ihr mich mögt und meine Videos, nein, sondern weil ihr mir auch sehr, sehr hilfreiche Tipps immer gebt. Und ich werde hier den Part jetzt beenden. Werde mir nochmal das Kommentar durchlesen, das ich bekommen habe. Und dann suche ich das Geisterschiff. Und sobald ich es gefunden habe, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.